Chlorophytum cumosum wurde auch Grünlie genannt. Sie ist in den letzten Jahren durch aktuelle Forschungen zur Verbesserung der Raumluft zu neuem Ruhm gelangt. Ursprünglich stammt sie aus Südafrika und braucht mindestens 10 Grad Raumtemperatur. Da sie sehr anspruchslos und widerstandsfähig ist, wächst sie an fast jedem Platz in ihrem Hause. Sie ist reinigend für Menschenumfeld und versprüht ihre Energie wie ein Feuerwerk. Ein eventuelles Ungleichgewicht gleicht sie mühelos wieder aus. In scheinbar ausweglosen Zeiten und bei festgefahrenen Projekten sorgt sie für frische Energie. Und wenn sie mehrere Pflanzen zusammenstellen, potenziert sich ihre energetische Wirkung. Besonders für Neubauten ist sie geeignet, dass sie in hohem Maße Ungifte bindet.